Kriselt es zwischen Conny und Manuela Reimann? Was wird aus der gemeinsamen Sendung? Jetzt gibt es endlich Antworten. Eigentlich sind Conny und Manu ein unzertrennliches Team. Seit über 20 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben. Umso überraschter waren die Fans, als Manu plötzlich alleine in den Urlaub flog. Erst ging es zu ihrem Enkel nach Texas. Dann mit Freundinnen nach England und Mallorca. Viele munkelten, dass es zwischen ihr und Conny kriselt. Was ist dran an den Gerüchten? Manu Reimann verlässt schon wieder Hawaii. Manu ist kurz nach ihrer Rückkehr aus Europa schon wieder unterwegs. In ihrer Instagram-Story postet sie ein Bild vom Flughafen. Gerade erst nach Hause gekommen. Da geht es schon wieder weiter, schreibt sie dazu. Dieses Mal ist auch ihr Ehemann dabei. Conny sitzt direkt neben mir. Von Krise kann also nicht die Rede sein. Wohin es für das Ehepaar geht? Das kann ich euch noch nicht verraten. Wir filmen für neue Folgen. Mit dem Post beantwortet Manu gleich zwei Fragen. Ja, die beiden sind noch ein Paar. Ja, ihre Sendung Willkommen bei den Reimanns wird eine neue Staffel bekommen. Einen Ausstrahlungstermin gibt es jedoch noch nicht. Die Fans müssen sich also noch ein bisschen gedulden. Bis sie erfahren, wohin es die Kult-Auswanderer dieses Mal verschlägt. Jetzt sind wir gleich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020